Ich bin froh, dass ich heute früh das richtige T-Shirt ausgewählt habe. Also ich gehöre auch zur Garte der Vagiere. Und ja, der Täter kommt immer wieder an den Ort der schrecklichen Tat zurück. Ich muss also sagen, ich habe hier zwischen 1980 und 1984 Informatik studiert, an der damals auch Fachhochschule Augsburg. Mittlerweile müsste ich mein Dasein als Softwareentwickler bei den großen Computerkonzernen in Augsburgs Süden. Ich habe hier zwei Kollegen sitzen, die ich ganz gut kenne. Und ja, privat verheiratet, zwei Kinder im pubertierenden Alter. Eine wollte den Vorschlag sehen, die hat gerade angerufen, wo bist du, Papa? Ich habe überhaupt keinen Durchblick, warum hast du wirklich gesagt, wo das ist? Soweit zur Organisation. Auf jeden Fall, es ist manchmal sehr stressig. Und wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, wird ein Satz von einem Professor quasi ins Gehirn gebrannt worden. Der hat nämlich gesagt, jeder vernünftige Mensch ist von Natur aus faul. Und da hat er vollkommen recht, wir wollen es alle möglichst bequem haben. Also gerade, wenn du jetzt Pubertät hast, dann willst du es besonders bequem haben. Die liegen meistens bloß irgendwie sehr gut, die kommen. Und man fragt sich, was haben sie vor. Aber unabhängig davon, auch ich gehöre zu den Leuten, ich will es mir auch so einfach wie möglich machen. Die Alster wird einstellen, der sagt auch, man muss es sich immer so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und ja, wie soll ich sagen, starten wir euch den Vortrag. Ihr seid sicher gespannt. Ich habe im Prinzip ein Ziel, ich würde euch ein bisschen durchgierig machen auf das Tool, das ich euch heute vorstellen will. Weil ich bin ganz ehrlich, ich kann euch keine vollständige Einführung geben. Das Thema ist nämlich relativ umfangreich. Also wer auch in Not sich schon mal irgendwo angeguckt hat, es gibt ein super tolles Handbuch. Das hat 300 Seiten. Und der Einstieg in dieses Thema mit dem Handbuch ist etwas schwierig. Weil das halt nach Themengebieten gemildert ist und einen nicht an der Hand nimmt. Also es ist keine Chance, euch jetzt in 45 Minuten auf dem Level zu helfen, nur zu sagen, ich kann das, ich bin Experte. Aber was ich machen kann, ich kann euch neugierig machen. Und wenn ihr neugierig seid, ich habe auf YouTube einen Kanal und da habe ich Tutorial-Videos aufgenommen. Mittlerweile 34 Stück. Jedes so zwischen 10 Minuten, 20 Minuten, das sich genau um ein Thema dreht in diesem ganzen Kontext. Und ich habe mittlerweile, also diese Woche, am Dienstag, habe ich die 1000 Subskreiber-Wage geknackt. Also ich fühle mich schon fast mit YouTube da. Ich muss allerdings sagen, wenn ich die Leute anschaue, die ich da auf YouTube folge, also das sind so Teil-Gitarristen oder Gitarristinnen, und die sind natürlich mit Hunderttausenden von Subskreibern gesegnet, aber da fehlt mir einfach das Talent. Aber es ist ein Nischenthema, ist mir klar. Nichtsdestotrotz, ich mache es fern, weil es macht mir mein Leben einfacher. Viel einfacher, als man es sich vorstellen kann. Aber kommen wir erstmal zu dem Thema, wie sieht denn unser Problem aus? Problem, habe ich mir jetzt ein schönes Bildchen aus dem Netz gezogen. Wie ist es morgen nicht, oder? Ah, da ist er. Aus dem Netz gezogen. Das ist der typische Arbeitsplatz von dem Kreativarbeiter, wie man so schön sagt. Alles auf einem Haufen Telefon, fünfmal aufgewickelt. Also man weiß genau, ständig am Telefon, ja, mache ich gleich und bin sofort. Und das Resultat, das wir dann haben, ist, wir haben gigantischen Stress. Unser Kopf raucht, und dann denkst du, ach, da wollte doch noch irgendeiner von mir was, wer war denn das, was wollte ich noch tun? Irgendwann brechen wir unter diesem Stress zusammen. Also wir haben, wenn wir uns so organisiert haben, haben wir keine Organisation. Also wir tun nicht mehr agieren und sagen, wir machen das, was uns wichtig ist, sondern wir tun nur noch reagieren. Reagieren ist immer schlecht, weil das heißt, wir sind komplett am Rotieren und am Ausflippen und das wollen wir alles nicht. Um dem Ganzen irgendwie zu entkommen, gibt es eigentlich nur einen Trick, das heißt, wir müssen uns selber organisieren. selber organisieren, das ist so ein Thema, das beschäftigt mich, ich weiß nicht, seit ich es berufen habe, also seit über 30 Jahren, macht man sich Gedanken, wie kann man sich seinen ganzen Schlamassel selber organisieren und besser organisieren. Es gibt die diversen Leute, die irgendwelche Zeitmanagement regeln, regeln, also angefangen vom Kobi mit seinen Seven Habits of Successful People und dem deutschen Zeitmanagement-Papst, das war der Lothar Seibert, der auch sagt, schreibt euch alles im Kalender, macht alles und so weiter. Aber der, der mir eigentlich den ganz tiefen Einblick gegeben hat, war der hier, David Allen. Hat ein schönes Buch geschrieben, nennt sich Getting Things Done. Gibt es auch in Deutsch. Aber ich habe damals die englische Ausgabe gelesen. Und die Aussage von David ist ganz simple und einfach. Der sagt, wenn ihr was erledigt haben wollt, schreibt es euch auf. Euer Gehirn ist nicht dazu da, euch Sachen zu holen. Euer Gehirn ist dazu da, dass ihr Ideen habt. Und wenn ihr die Ideen gehabt habt, schreibt sie auf. Dann ist sie aufgeschrieben, dann könnt ihr sie vergessen. Aber ihr habt am Schluss ein Ding, das nennt sich Trusted System. Ein System, dem ihr vertraut. Ich weiß, ich habe es da aufgeschrieben. und wenn ich dann denke, da war doch noch was, kann ich in mein System gucken. Extended Memory. Oh, da steht es. Hab nie was vergessen. Was ihr da gewinnt, ganz ehrlich, ist, ihr habt ein sehr entspanntes Leben. Weil ihr keinen Stress mehr habt, dass ihr sagt, auch ich, ich vergesse was. Ich habe irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges war doch noch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann kommt ihr eine halbe Stunde dran und bübelt uns gerade das. Was wollte ich denn machen? Nee, ihr habt ein System, da steht es drin. Und der Vorteil, wenn ihr so ein System habt, erstmal, ihr habt viel weniger Stress, ihr seid viel entspannter, ihr habt die Uhr selbst. Selbst wenn irgendwas ganz unvorhergesehenes passiert. Also mir ist jetzt passiert, neulich kam mein Chef, Jungs, hier wird es umziehen. Also alle Schleipzische irgendwie 30 Meter irgendwo hinverrücken. Kollegen von mir sind sehr nervös geworden, weil um Gottes willen, wie manage ich jetzt den Umzug auch noch zu dem, was ich eh schon tun muss. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich noch ein paar Aufgaben mehr, aber ich habe es im System drin, es tut mir nichts. Weil letztlich, David sagt mich, du musst auf diese oder jene Art Software entwickeln oder du musst auf diese oder jene Art irgendwas verkaufen, sondern der lief das Ganze auf eine Meta-Ebene und sagt, schreibst du ja auf. Und dann handelt er nach. Aufschreiben kann man sagen, okay, nehmen wir ein Nutrientsbuch. Das hier ist quasi genau wie ist es. Das Foto ist ein Jahr alt. Ich habe mir das damals gekauft, nachdem ich ein anderes schlaues Buch gelesen habe. Das kann ich allerdings jetzt nicht hochhalten in die Menge, aber das war genau ein Buchbuch. Das war das Buch, Hamlet's Blackberry von William Powers, der sich auch Gedanken macht, wie sind wir denn organisiert und das können wir machen. Und wirklich die einfachste Methode, sich zu organisieren, das schreibst du auf ein Stück Papier, auf ein Notizbuch, das du immer dabei hast. Und dann hier, habe ich mal freigelassen, gibt es zwischendurch eine ganze, ganze riesengroße Menge an ganz tollen Applikationen, die dir versprechen, Zeitmanagement ganz easy, Selbstorganisation, To-Do-Listen, alles wunderbar, toll auf dem Handy. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe alle ausprobiert. Wirklich alle ausprobiert. Ich finde, zu Ordnung, das ist quasi dann der finale Punkt. Hier seht ihr das Einhorn, magisches Wesen, das ist wieder bei der Magie, ist das Logo von Ordnung. Ich war zwischendurch, ich habe bei Ordnung angefangen, vor, auch waren bestimmt zehn Jahre oder so, das weiß ich noch, da hatte ich damals einen Blackberry oder irgendwas oder so ein Palm-Pilot war es sogar noch und war dann mit einem Partner aus dem Linux-Umfeld, das war unser Technical Account Manager von Red Hat, das war ein Norweger, war ich irgendwann abends bei einem Bier gesessen und dann haben wir so philosophiert, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ja, ich habe hier die tolle To-Do-Listen ab, ja, sowas nutze ich auch, sage ich, was nutzt du? Sag ich, ich nutze Ordnung. Und dann habe ich erst mal geguckt, Ordnung, was meint er denn damit? Und dann habe ich mich schlau gemacht, habe das mal probiert, habe gesagt, das ist ja toll. Habe ich dann irgendwann 2010, habe ich dann einen Artikel geschrieben für das freie Magazin zum Thema Ordnung. Wenn wir Glück haben, reistet der noch im Netz rum, aber wenn wir Pech haben, das freie Magazin hat jetzt im Dezember aufgehört zu publizieren, ich weiß nicht, ob es die Archive noch gibt. Auf jeden Fall, habe ich Lust angestiegen, ich bin auch abtrünnig geworden. Ich bin dieser tolle Lust auch, wir haben ja so super tolle Smartphones, Blackberry oder Android und da gibt es eine super tolle Art und das probiere ich aus. Ich habe sie wirklich alle durchprobiert und irgendwann habe ich gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will wieder was Unvolles machen, ich gehe zurück zu Text. Weil das ist genau der Knackpunkt. jetzt machen wir mal den Nachteil, ich habe lange nachgedacht, was kann ich euch als Nachteil von Orgmood präsentieren. Der Nachteil ist die Lernkurve. Jemand, dem ich sage, ich mache Selbstorganisation im Texteditor, die schauen mir erstmal an, so nachdem, du bist jetzt komplett beschaut, weil die stellen sich halt vor, du hochst da vor ein Notbett und du organisierst dich irgendwie und tatsächlich, wenn du dann sagst, das ist kein normaler Texteditor, das ist sozusagen ein vollständiges Betriebssystem, nur ein Schreiber Texteditor fehlt halt noch, was man halt so über EMAX normalerweise sagt, dann haben die natürlich Panik. Wenn die da noch sehen, oh, 300 Seiten Handbuch und ziemlich blöd strukturiert, ganz ehrlich, dann sieht der Sohn ja leider, wie sagt er, um Himmelsbild, um das zu verstehen, den Weg, den schaffe ich, da steigen viele wieder aus und ich habe da eben vor ungefähr einem Jahr gesagt, weil ich diskutiere solche Themen, gerade mal auf der Linke drin guckt zum Thema GTD und denen habe ich auch gesagt, ich mache mal ein Ding über Texteditor, dann haben sie auch so sehr zweifelnde Kommentare, Texteditor geht es noch unter so und gesagt, ich mache euch jetzt mal ein Video, damit ihr seht, wie das aussieht und das habe ich dann gemacht, ein wahnsinnig beschissenes Video, weil ich versucht habe, alles in ein Video zu packen, das war dann recht lang und zolprig und dann habe ich gesagt, nee, das hat keinen Wert, wir müssen Thema für Thema angehen, geht das schön handlich, portioniert, damit man es locker verdauen kann, guckst du mal zehn Minuten, Viertelstunde ein Video an und dann probierst das aus und dann stellst du fest, ah ja, so geht es und dann lernst du nämlich linear, das ist wie wenn du heute sagst, nehmen wir mal an, du willst Klavier lernen, du suchst einen Klavierlehrer, der Klavierlehrer würde nicht hingehen und sagen, so Junge, Klavier willst du lernen, dann fangen wir mal an, Rach IV, also Klavierkonzert Nummer vier von Rachmaninoff, ist eines der schwierigsten Dinge, die man überhaupt am Klavier spielen kann, da werden Leute drüber wahnsinnig, das wird er euch nicht am ersten Tag sagen, sondern wird sagen, guck mal, da gibt es schwarze Tasten und da gibt es weiße Tasten und wir fangen mal mit den weißen Tasten an und irgendwann gucken wir uns die schwarzen Tasten an und du fängst mal mit nur fünf Tasten an, schmiefst ein ganz einfaches Lieblings, wie alle meine Ändchen und dann fängst du an, mit deinen Händen weiter raus zu gehen und so weiter und genau so wollen wir es hier auch machen, also nicht versuchen, gleich den Jumbo-Jet fliegen zu lernen, sondern vielleicht erst mal nur Segeflieger. Gut, jetzt haben wir den gravierenden Nachteil gesehen, jetzt machen wir mal die Vorteile. Ganz wichtiger Vorteil für mich ist Plaintext. Das heißt, was ich heute in meinen Ordnungsfeil reinschreibe, das kann ich in 30 Jahren auch noch lesen, weil auch in 30 Jahren wird es ein Programm geben, das irgendein Plaintextfeil anzeigen kann. wenn ihr euch heute irgendeine supertolle To-Do-Up kauft oder benutzt, dann ist nicht die Garantie da, dass ihr in 30 Jahren noch gucken könnt, was habe ich denn damals gemacht. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt, es gab eine App, wo ich sagen muss, die habe ich auch mal für ein gutes Jahr benutzt, das war iQ-Tel, war eine supertolle App, muss man wirklich sagen, die haben sich viel müde gemacht, haben sich viel ausgedacht und dann kam irgendwann die Ankündigung, sorry Jungs, unser Business-Modell rechnet sich nicht, wir machen zu. Dann stehst du da und sagst, oh Mist, jetzt machen die zu, was mache ich denn? Meine ganzen Daten, mein ganzes Leben ist da drin und ich muss jetzt irgendwo anders hin. Ich muss das rausexplodieren, wenn ihr euch mal die kommerziellen Apps anschaut, Export von dem, was ihr da reingeschrieben habt, ist nicht so einfach, weil Export würde ja heißen, ich mache es dir einfach zu irgendeinem anderen Anbieter zu wechseln und das will ja keiner. Also habt ihr quasi ein Datengrab, aus dem ihr eure Daten nicht mehr rausholen könnt, während wenn ich plain Text habe, wirklich Text, den kann ich ausdrucken auf Papier und ich weiß, was steht da und was habe ich mir damals dabei gedacht. Das ist ein ganz großer Unterschied und jetzt, gerade diese Woche ist durch die News-Ticker getickert, Microsoft hat die Typen gekauft, die Wanderlisten, gemacht haben und haben jetzt angekündigt, sie wollen die tollen Features von Wanderlisten in ihre eigene To-Do ab integrieren und dann drunter das Stern. Out of Service hast du wieder das Problem, ich bin bei dieser Applikation und jetzt machen die zu. Jetzt muss ich meine Daten in die Rennen oder woanders hin. Habe ich nicht, wenn ich hier ein Blacktext habe. Dann, ganz wichtig, wieder anknüpfen auf unsere tolle Kino, die Daten sind unter meiner Kontrolle. Die liegen nicht irgendwo auf dem blöden Cloud-Cerber und sagen, Ups, MSA weiß, was ich tue oder was auch immer oder vielleicht sind die Daten auch weg. Ist mir mal passiert, ich hatte eine To-Do-Up auf dem Blackberry vor vielen Jahren bin dann eine Woche mit den Kindern in den Urlaub nach Italien gefahren. Habe gesagt, naja, Roaming-Gebühren sind schweige teuer, Daten-Roaming noch mehr, die Woche brauche ich jetzt diese Daten nicht, also ich war einfach eine Woche offline und komme wieder nach Deutschland zurück, gehe wieder online und denke, ups, wo sind denn meine Daten? Die waren weg. Okay, ich habe den Service bezahlt, ich habe die Daten kontaktiert, ich habe die Daten kontaktiert, was ist mit meinen Daten, das ist, also mein Ding ist fort, ja, haben sie ein wirklich technisches Problem zu spielen und Backup wieder ein. Gut, Backup wieder eingespielt, aber ich habe mir dann gedacht, das ist scheiße, sowas tut mir weh, weil ich möchte einfach über meine Daten auch die Kontrolle haben, ich möchte nur was die Daten einfach nehmen können und auf den USB-Stick ziehen und Backup davon machen, ausdrucken, was auch immer. Und das kann ich hier, weil die Daten liegen einfach im Klartext vor. Was auch ganz toll ist, wir sind flexibel anpassbar. Also Rotmod ist ja eine Erweiterung für den EMAX-Texteditor in Elis geschrieben, das heißt, wenn mir irgendwas fehlt, kann ich mir das dazu bauen und ich kann vor allen Dingen das Werkzeug an meinen Arbeitsstil anpassen, also an das, was ich machen will und nicht, dass ich sage, ich muss meinen Arbeitsstil an irgendeinem Werkzeug anpassen. das ist ja eigentlich immer unser Problem, dass wir tolle Werkzeuge haben, Firmen geben Millionen aus, hat jetzt das Hefe diese Woche schön geblockt, dass in Firmen immer wieder ganz tolle Tools eingeführt werden, weil irgendeiner hochgeschlossen hat, das ist der super Produktivitätsgewinn und dann guckt man nach einem halben Jahr bei uns tatsächlich und dann tut es kein Treffekt, ich mache meine Arbeit ganz anders, will ich nicht. Und der letzte Punkt, der für mich auch ganz extrem wichtig ist, ist die Geschwindigkeit. Weil wenn ich an einem Rechner sitze, bin ich ganz ehrlich, habe ich immer irgendwo ein EMAX-Fenster auf und wenn mir dann irgendeine Idee kommt, dann sind es drei Tastendrücker und die kann diese Idee erfassen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich helfe ab, oh, lass mich mal raus und wo ist sie denn und jetzt muss ich sie aufmachen und ach scheiße, ich habe ja gar kein Netz, ich sitze hier im Betonbunker, jetzt kann ich nicht synchronisieren oder was und wenn ich da doch irgendwann, dann kann ich auf irgendeiner kleinen affigen Tastatur meine Idee reinzippen. Ist mir viel zu auffällig, bin ich ganz ehrlich. Drum habe ich zwar mein Smartphone, aber für die Ideen unterwegs habe ich hier Kugelschreiber und noch Tizbuch. Das geht viel schneller und wenn ich abends am Rechner sitze, kann ich die Idee immer noch reinklopfen. Also Geschwindigkeit schlägt der alles um Längen und das ist ganz wichtig, weil so ein Tool muss irgendwie schnell gehen. Du willst nicht dir irgendeine Aufgabe mit 5 Minuten Aufwand reinschreiben. Das sollen 10 Sekunden, 30 Sekunden maximal sein und dann muss die Drinzeitung-Systeme. Wenn du da einen riesen Aufwand hast, nutzt du das nicht. Das ist einfach die Erfahrung. Wenn ich ein riesen tolles Tool habe, ich meine, gucken wir doch mal in die 4 Meter, hat irgendein tolles Projekt-Tool, wo er reinsteigen soll, was er tut und wer macht es denn tatsächlich? Er hat gesagt, jetzt muss ich die Website besuchen, das dauert ewig, latency und macht keiner. Also schnell, der wollen wir sein. Gut, jetzt steigen wir einfach mal ein, tun wir so, als hätten wir dieses Buch gelesen, hätten wir uns auch noch ganz toll installiert und machen wir ersten Schritt auf dem Weg zum Ich bin super toll organisiert. Vorher erinnert euch dieses Chaos und jetzt will ich dieses Chaos loswerden. Ganz wichtig, nimm das, was in deinem Kopf ist und schreib es auf. Das ist jetzt tatsächlich ein Orgmode-Fenster. Orgmode ist in erster Linie ein Outliner. Also ich fange irgendeine Zeile mit dem Sternchen an, dann weiß ich, das ist eine Überstift und ich schreibe einfach mal, was mir so gerade in den Sinn gekommen ist, was muss ich tun. Ganz wichtig, Steuererklärung, das beliebteste Thema bei allen oder Auto zum TÜV oder was auch immer. Und jetzt ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr sowas macht, das ist absolut überlebensnotwendig, ihr schreibt nicht nur auf, was ihr machen müsst, also so Sachen wie Steuererklärung, sondern ihr schreibt darauf, was für Sachen ihr machen wollt, das euch Freude macht, also zum Beispiel Buch lesen oder Klavier spielen oder mit den Kindern spielen, das ist nämlich genauso wichtig. Aber der große Unterschied ist, wenn ihr ein System habt, das euch an die Sachen erinnert, die ihr machen müsst und sonst nichts, was habt ihr dann? Dann habt ihr einen Sklaventeil machen. Dann habt ihr eine elektronische Version von irgendeinem mit der Peitsche, der sagt, du musst jetzt eine Steuererklärung machen, du musst jetzt Auto zum TÜV und du musst irgendwas machen und genau das will ich nicht, weil dann benutzt es keiner. Überlegt mal, frag mal die anwesenden Schüler hier, das ist eine Hausaufgabenheft. Wenn du ein Hausaufgabenheft hast, wo du nur deine Hausaufgaben reinschreibst, dann schaust du mal rein. No, Hausaufgaben habe ich nicht, auch habe ich vergessen. Wenn du ein Hausaufgabenheft hast, was vielleicht so jetzt wie diese Heftdinger, die es zum Kaufen gibt, irgendwelche Seiten enthält und so weiter, dann schaust du da rein. Und dann schaust du vielleicht auch an und habe ich das für Hausaufgaben. Und genauso überlisten wir uns hier auch. Wir wollen nicht, ich will nicht nur die Arbeit, die ich machen muss, mir ist die Arbeit, die ich machen will oder die Dinge, die ich tun will, ist mir mindestens genauso wichtig. Und wenn ich die da drin habe, dann bin ich mir sicher, dass ich dieses Tool jeden Tag nutze und gucke, was wollte ich denn heute gar nicht tun. Also das ist jetzt der erste Schritt. Wir schreiben einfach mal auf, was ist uns gerade im Kopf rum, das kann ja verdammt lange Liste werden, das vollkommen egal, wichtig ist, dass unser Kopf danach frei ist. Weil wenn ich das jetzt da aufgeschrieben habe, nur so irgendwas vergessen, steht ja da. Ich kann ja die Datei immer wieder aufmachen und finde alles. Und da sind halt dann noch Sachen drin, also Spülmaschine reinigen, habe ich damals in meinem Artikel für das Feiermagazin schon gemacht, das habe ich nämlich auch auf die harte Tour lernen müssen. Auch Spülmaschinen muss man hin und wieder reinigen, weil der ganze Dreck, den Deroffspiel, der liegt sonst im Derore drin und irgendwann sind die verstopft und dann kann es dem Techniker kommen und zahlst 170 Euro. Und da zahle ich lieber alle viertel Jahre irgendwie so die vier Euro für den Spülmaschinen reinigen, lass den mal durchlaufen und dann bin ich stressfrei. Gut, wenn wir jetzt da sind, bleiben wir okay, jetzt haben wir es aufgeschrieben, was kriegt es sonst? Haben wir ja aber nicht viel davon. Doch, haben wir schon, aber jetzt können wir es ein bisschen ordnen. Also, ich habe jetzt im Endeffekt nichts anderes gemacht als die Zeilen, Kursor auf die Zeile, alles drauf runter, kann ich die Zeilen hin und her schieben und links rechts kann ich sie einrücken. Ihr seht, die haben jetzt plötzlich zwei Sternchen dran und ich habe es ein bisschen probiert und habe gesagt, doch, ich habe diverse Sachen, das sind Verpflichtungen. Da probiere ich nicht aus, muss ich machen, aber mache ich halt. Habe ein paar Sachen im Haushalt, also Fenster putzen, Spülmaschine, Kreden, Kleiden, irgendwas renovieren und dann habe ich halt die Sachen Freizeit und Hobby, das ist das, was mir Spaß macht, muss auch irgendwo niedergelegt werden, dass ich einfach sage, das sind Sachen, die sind mir genauso wichtig wie die blöde Steuererklärung, und vielleicht noch viel wichtiger. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, dass ich da hinten habe Text vergeben. Also man kann in Ordnung beliebig viele Texte einfach zu einer Überschrift dazuschreiben, weil nachdem kann ich nachher suchen, werden wir nachher sehen. Dass ich einfach sage, das ist mein Hobby, das ist Familienaktivität, am Computer wollte ich was machen und das hilft Wohnung oder ich habe Spülmaschine ist Wartung und Auto zum TÜV ist prinzipiell Steuererwartung. Wenn ich jetzt hier durch bin, dann, was auch ganz toll hat, ist Checklisten. Dass ich einfach sage, ich schreibe jetzt hier noch ein bisschen mehr Text dazu. Ich sage, in Steuererklärung da brauche ich ein paar Sachen. Steuernahweis vom Arbeitgeber, Werbungskosten, Spendenbieter und irgendwas. Wenn ich so eine Checkliste mache, die ist im Endeffekt ein Text mit einer Ecke und Klammer auf, ein Leerzeichen, lege ich Klammer zu und da oben habe ich schon einen Zehner, der mir anzeigt, wie viel von diesen Checkpunkten habe ich denn schon mit X versehen. Und der Trick ist, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt meine Werbungskostenbelege fertig, Kursor auf diese Zeile, zweimal Control-C, dann taucht hier das X auf und dann würde hier aus dem 1 und 2er werden. Und am Schluss, wenn alles erledigt ist, dann ist diese Anzeige hier oben 3 von 3, aber im Grün. Also ich sehe dann gleich alles im Grün, alles wunderbar. Und die stehen jetzt hier drinnen, wenn ich jetzt hier oben auf der Seite stehe und habe drückt, dann ist sie wieder weg. Also das klappt dann einfach rein, das ist wie so ein Text, die die Natur, der untergeordnete Elemente immer weiter aufklappt. Das ist ein sehr künstliches Tool, also ich nutze so eine Checkliste jeden Tag, weil ich mir jeden Tag in der Früh mache ich mir einen Plan, was will ich denn heute tun. Da gibt es dann eine Checkliste, die hat als obersten Punkt das Jahr 2017, dann 04 ist der April und dann gibt es den Tag 2017 04 22 und jetzt steht in meiner heutigen Checkliste, du musst auch mit diesen Vortrag halten. Und wenn ich das gemacht habe, klack, klack, abgehakt. Das überlistet dich dann auch wieder, weil dann sagst du, hey, ich mache Fortschritte, es geht voran, ich wollte heute zehn Dinge tun und fünf haben schon gemacht, dann war ich ja auch und fünf waren auch schnell. Also das ist ein sehr, sehr nützliches Feature, oder wenn du irgendwelche Sachen hast, die du immer wieder machen musst, dann kannst du dir eine Checkliste machen und klack, und dann gehe ich einfach der Reihe nach ab. Was wir dann machen können, wir hatten bisher ja nur Überschriften, jetzt machen wir aus diesen Überschritten tatsächlich Aktionen. Also ihr seht, jetzt habe ich hier, diese Checkliste ist weg, weil ich Tab gedrückt habe, wenn ich da wieder Tab drücken würde, geht sie wieder erscheinen, aber ich will ja jetzt mal ein paar To-Do-Keywords machen. To-Do-Keywords kann man in der Datei selber definieren, kann man sagen, okay, es gibt, ich habe jetzt mal eins definiert, Repeat, das heißt Aufgaben, die immer wieder kommen. Unsere Spülmaschine kommt jedes Vierteljahr, kommt die gar nicht aus, also die repeatet sich. Dann gibt es eine Definition, Next Action, streng nach der Regel, das ist alles, was du sofort machen könntest. Next Action wäre, ich könnte jetzt die Rechnung überweisen, muss ich mir gar einen Redner haben und online Überweisung machen. Dann gibt es ein To-Do, das ist mehr so, das möchte ich gerne machen, aber ich brauche vielleicht noch irgendwas, irgendwas muss ich noch vorbereiten oder ich muss auf irgendeinen Zeitpunkt warten. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Datei drin, bei To-Do, ich muss jetzt irgendwann im Mai wieder zum Blut abzapfen und Blutwerte machen lassen. beim Arzt, da habe ich einfach einen To-Do, der dann sagt, im Mai, es ist soweit und dann wechselt der auf Next und dann sagt, okay, jetzt mache ich das. Dann gibt es die Option Waiting. Das ist für mich ein Taskstatus, wenn jetzt irgendeiner was von mir will. Und der Sohn war zum Beispiel, schickt mir ein Problem, ich schicke ihm eine Antwort und da da war ich von ihm aber eine Antwort, obwohl da nichts geschrieben ist oder nicht, dass sie haftbar sind, zuerst mal den Punkt, dass sie sagt Next, ich bearbeite in seinem Problem und jetzt habe ich ihm gerade eine Mail geschickt, habe gesagt, ich bin zufrieden und dann steht der aufwägen. Das heißt für mich, ich warte hier, ich muss nichts tun, außer warten, vielleicht irgendwann mal nachfragen, was ist jetzt oder so, aber es ist für mich keine echte aktive Aktion, aber ich sehe, ich habe das noch im Fokus, und weiß, da ist noch was offen, irgendwann kommt hoffentlich die Antwort, was ich sage, jetzt ist er zufrieden, jetzt sind wir alle zufrieden. Dann habe ich einen Punkt Sunday, das ist auch wieder so, nach David Allen, da gibt es so die Option Sunday maybe, also du hast die Idee, das tät ich gerade mal machen, aber du bist da nicht schlüssig, will ich es wirklich oder nicht, aber ich notiere es mal, war mal eine tolle Idee und irgendwann wurde vielleicht tatsächlich eine Aktion draus. Dann habe ich mal ein definiert, Project, das ist jetzt hier mein Sommerurlaub, wo ich sage, okay, Sommerurlaub und Abend ist ja ziemlich mächtig, also, schreibe ich ein Project drüber und machen drei To-Do's draus, machen wir gebrauchenden Urlaubsziel, wo will ich denn hin, will ich nach Australien oder will ich in Bayerischen Wald, gibt es wahrscheinlich Unterschiede, wenn ja, dann will ich ein Hotel suchen, will ein Flug buchen und ich kann diese Hierarchie mit Projects und unter Projects beliebig weit treiben, also, ich bin da nicht auf drei Steuern als Level fixiert, sondern ich kann auch fünf oder sieben machen, wenn es einer bis an die Spitze treiben will. Und, dann haben wir hier ganz wichtig dieses Weibs-Imbol, dieser senkrechte Strich, der trennt ab, alles was links davon ist, offene Aktion, also Dinge, die ich noch tun muss, alles was rechts davon ist, ist erledigt. Erledigt wäre jetzt den Zustand dran, habe ich es gemacht, ich habe in meiner Liste, darum geht der Fall hier weiter und den Zustand cancelt, dass er irgendwann sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich kann es nicht machen, also ich habe zum Beispiel in der Firma immer wieder irgendeiner jammert sich an, ich habe ein Problem, du sagst, okay, ich habe dein Problem aber nicht verstanden, bitte vorhin, muss ich es mal so, dass ich es verstehe. Dann stehe ich hier auf Reading und dann warte ich und dann warte ich und dann kommt nichts und dann schicke ich ihm mal eine Mail, sag, hast du jetzt schon irgendwelche Infos, die das Problem irgendwie transparenter machen, kommt wieder nichts und irgendwann nach acht Wochen so, ja so, sorry, von dem kommt nichts mehr. Dann geht es auf Cancelled. Weil dann ist es mir auch egal, wenn du was willst oder wie der irgendwann kommt, aber ich habe es dann aus meiner Liste raus. und ich habe auch noch hier einen Zustand, den wir hier jetzt in dem Beispiel nicht drin haben, das ist Delegieren. Ich delegiere da irgendwas, also ich habe einen Azubi, wenn der eine Programmieraufgabe kriegt, dann kriegt er die Delegiert, tu was, aber natürlich gucke ich, was der Azubi macht und ob er das richtig macht. Monitor das. Im anderen Fall, da könnt ihr auch sagen, irgendeiner schickt mir eine Anfrage, die mich gar nichts angeht, die soll zum Vertrieb, dann sage ich, hey Vertrieb, mach du mal das vorwarte, ich zudiere, fire and forget, ich bin's los, es ist für mich erledigt oder ich bin ein anderer gehört sich drum. Dann, wichtig, planen. Wenn du Aktionen hast, du willst sie ja irgendwann machen. Gucken wir unsere Steuererklärung an, Deadline, normalerweise in Deutschland 31. Mai, soll sie beim Finanzamt sein. Also sage ich, da ist meine Deadline und hier möchte ich meine Steuererklärung anfangen. Also jetzt, der letzten Dienstag mit diesem Beispiel. Oder im Auto geht im August zum TÜV und meine Spülmaschine wollte ich am Mittwoch machen und da habe ich jetzt eine Anzeige plus 12 Wochen. Das heißt, wenn ich den auf Erledigt setzen will, da sieht man, hier gibt es plus 12 Wochen, dann wechselt er wieder auf den ersten, den ich hier definiert habe, nämlich Repeat. Und die haben hier ein Datum drinstehen, drei Wochen weiter. Also diese Schedule heißt einfach, an diesem Tag ich werde anfangen, diese Aufgabe zu machen. Gut. Jetzt sagen wir, ja, das ist alles ganz toll, aber immer noch einen riesen Sauhaufen und riesengroße Datei und die macht uns total fertig, wenn wir sehen, was wir alles tun müssen. Damit uns das nicht passiert, gibt es die Agenda Views. Wir haben hier also unseren riesen Wust an allem, was wir uns da jetzt reingeklopft haben, schön hierarchisch geordert und dann sagt ihr, aber ich will ja heute eigentlich bloß ein paar Sachen machen. Was steht denn auf dem Programm? Und dann gibt es dann eben die Funktion Agenda View, wo du sagst, hey, guck mal, nimm das, pittes raus, was jetzt gerade relevant ist und zeigt es ganz kompakt an. Können wir durchspielen, Agenda View auf Datum, also ich hatte es am Freitag reingehackt, drum ist das hier alles grün, habe gesagt, lass mal die nächste Woche sehen, vom 17. April bis heute. Da seht ihr, der war hier am 18. dran, steht hier unter 18 und du wolltest deine Steuererklärung machen. Und deine Spülmaschine am 19. steht hier auch drin. Also ich kann da hier quasi auf Tageslevel eine Übersicht bezeugen, was wollte ich heute eigentlich alles tun. Wenn irgendwas übrig ist, was ich gestern nicht getan habe, also wenn jetzt die Spülmaschine hier nicht gereinigt hätte, dann würde die heute stehen mit Schedule dreimal, du hast schon drei Tage lang diesen Punkt Spülmaschine repliken, das macht doch mal. Ganz einfach. Dann gibt es die Option, dass ich nach diesem Tag filter oder nach To-Do-Keywords filter mal nach To-Do-Keywords könnte ich sagen, was ist denn alles Next Action, was könnt ihr alles sofort tun, ich habe gerade zehn Minuten Zeit, also mal gucken, was habe ich für Next Action, was kann ich machen, das könnte ich sagen und die Rechnung, die kann ich schnell überweisen. Das ist gleich passiert und dann ist es weg. Oder ich sage, ich filter nach Text, also sprich, Wartung, was für Wartungsarbeiten habe, meine Spülmaschine muss ich putzen und mein Auto muss zum TÜV. Seht also, ich kann diesen riesen Wust, den ich oben definiert habe, diese riesen große Datei, die auch übrigens in vier verschiedene Dateien aufgeteilt werden kann, die kann ich mal quasi runter reduzieren auf das, wo ich sage, das ist heute wichtig. Ich habe meinen Plan für heute, aus dem mache ich mir dann noch meine Checkliste und hake die dann schön ab und dann bin ich zufrieden. Dann, es gibt die Option, dass man noch mehr Infos reinschreibt. Es gibt sogenannte Draws, die fangen immer mit dem Doppelpunkt an und darauf am Schluss Doppelpunkt end, da habe ich jetzt eigentlich den NZ-Lokok. Man kann also ganz locker zu jeder Aktion eine Notiz schreiben. Also ich sage, ich habe jetzt Klavier geübt am Karfreitag, habe gesagt, Scheiße, ist ziemlich schwierig, die 6, wenn wir verfinden und dann zum genau muss ich nochmal üben. Man macht also für jede Aktion eine Art Microblock, um zu definieren, wo bin ich denn gerade, was habe ich gerade für Sachen, das ist jetzt hier, schaut ein bisschen lächerlich aus, aber ich sage ganz ehrlich, wenn ihr das in der Arbeit macht gar nicht, wenn ihr Pip-Pong spielt mit irgendeinem, der von euch was will und dann könnt ihr nämlich sagen, guck mal, ich habe dir vor drei Wochen eine Mail geschrieben, habt ihr einen Kommentar rein, habt ihr ein Klamel gefragt und jetzt kommt nichts mehr, da kann euch nachher keiner an Karren fahren und so, der hier hat das Projekt verhandelt, weil er nichts getan hat, Verzöpfung, weil ihr habt mir beide Pflicht und Schuldigkeit getan und irgendjemand anders, weil meistens ist es so, wenn Projekte gründlich schief gehen, dann sucht man nicht die Ursachen, sondern die Schuldigen und mit so einer Methode, dass ihr sagt, ich dokumentiere schön, wo bin ich denn gerade, könnt ihr euren Arsch auf gut Deutsch halten oder im anderen Fall, wenn wirklich mal was länger dauert, hatte ich jetzt auch, also wir hatten ein Projekt in Frankreich und einer von den Mitarbeitern in Frankreich ist in der Besprechung tot umgefallen mit Herzinfarkt, da sind die natürlich mit ganz anderen Themen beschäftigt und haben ganz andere so, als wenn ich in der Budget frage, die irgendeinen Detail betrifft, da habe ich dann gewusst, der geht auf Reading und in acht Wochen muss man nichts sagen, weil die sich komplett neu organisieren müssen und dann habe ich aber, wenn in acht Wochen die Antwort kommt, kann ich sagen, was war denn da, ich gucke mal in meinen Notizen, was war meine letzte Teilaktion dazu, was habe ich aufgeschrieben und dann bin ich wieder drin und weiß, da kann ich jetzt weitermachen, weil wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen und ein Kollege von mir hat das mal super toll, gesagt zum Thema Multitasking, was ja als Mensch ähnlich funktioniert, auch wenn manche Leute andere Meinung haben, aber ein Mensch, wenn ein Jobs wird schmacht, der pusht dich nur 16 Register auf den Steck und holt dich irgendwann wieder runter, sondern wenn die Leute irgendwo unterbrochen werden, dann bin ich erstmal raus aus einem Pass. Gut, zum Thema Drawer, es gibt auch einen System Drawer, der heißt Properties, da können zum Beispiel Sachen wie die Unic ID drinstehen, auf die könnt ihr dann innerhalb von Orgmode auch verlinken, sind ganz tolle Sachen, aber da sind wir jetzt beim Thema Drawer durch bloß mal so als Überflug. Wichtig ist, wenn wir jetzt irgendwas fertiggestellt haben, Sie haben hier an einem Tag gelesen, behaupte ich jetzt mal, steht da dann dran, wunderbar, dieses Ding brauche ich jetzt nicht, bis in alle Ewigkeit und zum Sankt immer Leidstag in meiner Datei drin haben, sondern ich kann sagen, hey, archivier den mal, ich darf definieren wir unter Properties, alles unter Freizeit und Hobby bitte in my Archive Org, dann stecke ich meinen Cursor auf diese Zeile, die erledigt ist, Control C X A, also Archive Subtree und dann zackt ist er weg. Und dafür habe ich eine Datei in my Archive Org und da steht er dann drin, da steht dann drin, ich habe dich archiviert am Karfreizeit um 14.04 und du warst ursprünglich unter Freizeit und Hobby und so weiter. Also ich habe für alles, was ich jemals gemacht habe, habe ich ein Archiv. Das ist im Privaten vielleicht nicht so wichtig, im Job, wo ich dann sage, irgendwelche Fehler kommen immer wieder mal. Wo du denkst, das hast doch schon längst erledigt und dann kommt wieder ein neues Produkt und hat den gleichen Fehler. Tatsächlich das hatten wir doch schon mal vor zwei Jahren. Lass mal gucken. Und nachdem es ja alles kann ich so super toll durchsuchen und finde das, was ich suche und jetzt lass mal gucken, was war Nächster Punkt, ganz wichtig, auch wieder bezogen auf David Allen Bindle-Review solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr so ein System habt. Wichtigste Punkt in Box Zero. In Box Zero heißt, alle Eingänge auf Null runterbringen. Also auf die Mailboxen zum Beispiel. Ich hatte neulich mal den Spaß, irgendein Kollege habe ich eine Mail geschrieben, weil ich was von ihm wollte und nach einer Woche noch keine Antwort. Dann habe ich gedacht, geht es halt mal vorbei, das ist ja im selben Gebäude, also läuft ein Netzwerk und gesagt, du, was ist los, habt ihr eine Mail geschrieben, das macht sie und dann macht er seine Inbox auf und hat ungefähr 593 Mails in seiner Inbox. Da muss ich sagen, das ist scheiße, weil eure Inbox soll leer sein, wenn ihr irgendwas in der Inbox habt, nehmt das raus, guckt es an, mache ich was damit, wenn ja, dann schickt diese Mail in Ordner Aktion oder so und macht euch in eurem System einfach eine Aktion auf und sagt, ich muss diese Mail beantworten. dran, war immer eine Aktion und sagt, der will eine Antwort von mir, das muss ich irgendwann machen. Aber ganz wichtig ist, bringt diese Inboxen auf Null, weil wenn ihr jetzt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub gehabt und ich garantiere meine Inbox Zero bis am Montag wird mir maximal 10 Minuten kosten, weil die Form Urlaub war auf Null in dieser Woche werden hoffentlich nicht allzu viele Mails bekommen sein und ich bin dann rigoros und sage, das ist eine Info, die interessiert mich überhaupt nicht, also die liebt, die liebt, am Schluss habe ich vielleicht fünf neue Aktionen, die dann in meinem System sind, die Mails sind verschoben in meine Action Folge und die Inbox ist wieder sauber. Das ist ganz wichtig. Genauso wichtig ist dann, guckt mal über eure ganze Liste drüber, wo er sagt, gibt es irgendwas, was am Brennen ist, wo sie irgendwo aktiv werden, oder gibt es irgendwelche Aktionen, die total expired sind, wo euch interessiert keinen mehr, weil es gibt diesen schönen Spruch, will nicht gleich fesse expiration day, also alles hat irgendeinen Ablauf datum, kann man sagen, in 100 Jahren sind wir alle tot, so wie wir hier sitzen, vielleicht gibt es einen wissenschaftlichen Durchbruch, dass wir unstaublich werden, aber eher wahrscheinlich nicht, also sind wir 100 Jahre alle tot, sind wir alle expired, und genauso wie es mit euren Aktionen, ihr wollt vielleicht irgendwas machen, und dann stellt sie raus, das ist nicht relevant, hat sie irgendwas in meinem Leben geändert, brauche ich nicht mehr, da kann ich es rausschmeißen, oder ich habe diese Someday Actions, wo sage ich, irgendwann wollte ich doch unbedingt mal nach, was weiß ich, nach Australien fliegen, dann könnt ihr sagen, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, nach Australien zu fliegen, also mache ich auf diesem Someday, mache ich tatsächlich eine Aktion, sage ich, das wird jetzt mein To-Do, ich will in Australien wohl fliegen, und da geht ihr quasi einmal durch eure Liste durch, das wird euch vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde in der Woche kosten, aber dann seid ihr wieder sauber, dann habt ihr wieder das System, genau reflektiert ist, an was arbeitet ihr gerade, wo wollt ihr hin, was wollt ihr machen, und der letzte Punkt ist, lebt euch mal ein paar Minuten zurück, und überlegt euch, was wäre noch tolle Ideen, was will ich noch machen, weil letztlich wir sind nicht statisch, wir haben immer wieder tolle Ideen, damit du wirklich mal Zeit gibst, da gibt noch 5 Minuten, brengst du mit mir selber, was finde ich denn neues, tolles machen, fällt da was ein, schreibst in dein System, und dann ist gut, ja, machen wir noch ein paar Funktionen, die ich jetzt gar nicht erzählt habe, über die wir alle in den Videos weh gemacht haben, wir können Custom Agenda Views machen, also ich habe zum Beispiel eine Custom Agenda View für jeden Tag, wo ihr die Ereignisse des Tages habt, wo ihr alle Aktionen drinne habt, die ich als Urgent markiert habe, und wo ihr alle Aktionen drinne habt, die Status Next sind, und als Tag Phone haben wir, dann habe ich eine Telefonliste, dann weiß ich, die und die Leute müsste ich heute eigentlich anrufen, dann gibt es Capture Templates, das heißt, ihr könnt euch ein Formular machen für irgendwas, was ihr immer wieder benutzt, also wenn ihr jetzt in der Arbeit zum Beispiel eine Zertifizierung machen müsst, ist der Ablauf immer der gleiche, das ist eine Checkliste, da habe ich dann die Formulare, die sie aufrufen und sage, ich will dieses System zertifizieren, ich treibe nur auf den Namen des Systems ein und ich habe dann eine sehr lange Liste, Checkliste, wo drin steht, du musst jetzt den Testplan anfordern, du musst jetzt die Tests machen, du musst die Ergebnisse einreichen, du musst diskutieren, bla bla bla, und das Ganze wird ein paar Tasten drücken, also das ist dann super schnell und ganz toll, du kannst dann natürlich auch Zeitstempel angeben, also ich kann, ich habe jetzt für jede Aktion, die ich so erfasse, steht da drin, diese Aktion kam heute um so und so viel Uhr rein, in dein System, weil irgendwann kannst du dann sagen, hey, ich habe jetzt hier schon seit einem Jahr und das werde ich sowieso nicht mehr machen, also weg damit. Dann kannst du ein Journal machen, also sprich, ein Tagebuch führen, wo dann auch ein Rechte automatisch aufgebaut wird, wo einfach sagt, das ist mir gerade passiert, der Postwarte hat rumgepotzt, ich verstehe gar nicht, warum. Sowas schreibe ich Notfass auch auf. Was man auch machen kann, Zeiterfassung, wie lange hocke ich an irgendwas dran, ihr könnt für jeden Task, den ihr in eurer Datei habt, könnt ihr einen Timer starten, der da Minuten genau mitprotokolliert, wie lange habe ich dran gearbeitet. Und am Ende der Woche oder ein paar Monate könnt ihr den Übersicht rauslassen, so und so lang war ich dran gesetzt. Kein Down-Timer, Pomodoro-Technik, weißt, jetzt sagt das jemand was, Pomodoro ist diese italienische Eier, Küchenwurst, und die Technik ist einfach, du sagst, ich will jetzt 25 Minuten konzentriert an irgendwas arbeiten, ich stelle mal diesen Wecker, dann arbeite ich und auf 25 Minuten war es flink, und dann weiß ich, jetzt kann ich eine Pause machen, mach mal 5 Minuten Pause, schnaufe mal durch und dann machst die nächste Pomodoro-Scheibe. Dann kannst Links, Attachments, alles Mögliche kannst machen. Also, das Ding ist wirklich die Eierlegende Wollrichsau, was Taskmanagement angeht. und eben erweiterbar für jeden. Man muss nur eben sagen, ich meine, man muss damit wachsen, also es ist nicht, dass ich sage, wie es am Anfang gesagt hat, wir können es nicht in einer Viertelstunde oder in einer Dreiviertelstunde alles lernen, aber wir können wissen, wo die Reise hingeht. Wer jetzt Zeuggerät geworden ist, es gibt die Off-Mode Webseite, da kann man sich alle Infos runterladen, gibt es auch Tutorials und gibt es 300 Seiten, ein tolles Handbuch, was durchaus gut ist, aber halt nicht didaktisch gut aufgebaut ist, sondern wäre der Verwärtsmanual. Dann habe ich meine Playlist bei YouTube, die hat jetzt seit vorgestern 34 Videos, damit man erst mehr anfängt, Outline-Modus und ein bisschen hin und her bewegen und dann baut das Schritt für Schritt auf. Also, ich kriege positive Kommentare und alle sagen, super, ich hatte mal ein, der Kamer ist mir viel zu kompliziert, das mache ich nicht und drei Wochen später ist das super, ich mache es nur noch so. Und sollte jemand tatsächlich Fragen haben, Tipps brauchen, und das ist ein Problem natürlich erreichbar. Gerade die Idee bezüglich der Playlist, was ist denn ein Benutzerin? Ich glaube, das sind für die Leitungen von mir, die lange sind. Ich suche nach Reiner König. Reiner König wird und dann unterladet das runter, ich habe das als Open Office im Pressdokument auf meiner Homepage, also König haben Städten, kannst das runterladen, diese Folien, und bei der Luga wahrscheinlich auch, und der Link sollte funktionieren. Also, wenn ich da einmal auf diesen Link geklickt habe, ging dann YouTube auf und die war auf Neuestem Video. Videos sind allerdings in Englisch, muss ich dazu sagen, also da hat man mir dann schon assistiert, auf Englisch höre ich mich an, die da haben bei Schwarzenegger, aber es ist einfach, die Zielgruppe ist gering, sehen wir hier, sind dann wirklich viele Leute da, aber weltweit, wie gesagt, ich habe 1000 Subscriber auf meinem Kanal und wenn jemand hübsch aussieht, was jetzt für mich nicht zutrifft und vielleicht eine tolle Musik macht, der hat halt 100.000 Subscriber, aber damit kann ich leben. Gut, das war mein, Vortrag, ich hoffe, es hat euch ein bisschen eindrücklich gebracht, wie gesagt, ich stehe gerne für Diskussionen zur Verfügung oder wenn einer Fragen hat, über Welt, die kann ich dann auch auf Deutsch beantworten, also ich finde da nicht auch registriert und wie gesagt, mein Ding ist, ich sage es euch ganz ehrlich, mir hilft das unheimlich. Ich hatte mal vor ein paar Jahren den Zustand, dass meine Frau Krebs hatte und fürchterlich gelitten hat und ständig in Therapie musste und dann hatte ich zwei kleine Kinder daheim und ohne ein System, das mich erinnert, was wichtig ist und was ich unbedingt tun muss, wäre ich untergegangen, bin ich mir ganz sicher und so habe ich überlegt, zwar mit Blessuren, ich hatte tatsächlich dann sechs Wochen einfach Krankschreibung, weil ich gesagt habe, du schaffst nicht, auch mit dem System, das macht ja nicht die Arbeit, das ist ja natürlich nur dran, was zu tun ist, aber zumindest kann es sicher sein, es fällt nichts Wichtiges runter, wenn du plötzlich in einem Feierfeind und das passiert uns halt manchmal auch, manchmal schlägt es Leben ganz fürchterlich zu und dann kämpfst du an irgendeiner Front, die du gar nicht haben willst, aber du musst halt trotzdem wissen, was waren die Dinge, die ich eigentlich machen wollte. Also in diesem Sinne, ich drücke euch die Daumen, dass euch sowas nie passiert, aber dass ihr euch super toll organisiert wollt, dann haben sie es viel leichter, als es vielleicht jetzt hat. Vielen Dank.